Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Wir sind jetzt bei der Firma Karriere und neben mir habe ich Herrn Stadelbauer. Sie werden mir bestimmt sagen können, was ist denn hier das Highlight, das Fokus? Ja, bei Karriere gibt es wie jedes Jahr viele, viele interessante Neuheiten. Speziell bei Karriere RC, wo wir gerade stehen. Hier haben wir uns besonders viel Mühe gegeben, dass man nicht nur den kleinen Kindern, auch den großen Kindern eine Freude macht. Also von Action Toys angefangen über Hubschrauber bis hin. Natürlich zum neuen Super Mario, der auf einem Vesper Roller sitzt, gibt es alles bei Karriere. Sehr schön. Können wir uns da was anschauen? Ich sehe schon im Hintergrund. Genau, unsere Powersnake. Ein Action Toy für Groß und Klein. Verwandelbar, bewegbar. Sei es über Sand, Stein, das sieht so aus. Ich kann ins Gelände gehen damit. Ich kann natürlich auch am Flachen fahren. Diese Morphbewegung, das geht relativ schnell über Knopfdruck. Also man muss kein großer Experte sein, um viel Spaß haben zu können mit dem Produkt. Und ab welches Alter würden wir hier anfangen? Ja, also damit wirklich das Ganze gut funktioniert, würde man schon empfehlen. Kinder, so von sechs Jahren. Okay, super schön. Das muss ich nachher gleich ausprobieren. Wurde Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau.